Musik Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Ich freue mich sehr, ich habe heute einen Gast da, der viel aus seinem Leben erzählen kann, Ralf Niemeyer. Hallo Ralf. Ja, hallo. Es freut mich natürlich sehr, dass wir endlich mal miteinander sprechen können und hoffe, dass wir viele Themen anreißen können. Ja, wir haben ja Glück, dass wir dich hier haben, weil du kommst aus dem Jemen oder gerade aus Abu Dhabi. Vielleicht können wir da nachher noch drauf eingehen. Ich habe dich eingeladen, weil ich dein Leben sehr interessant finde. Du hast als Journalist gearbeitet, als Autor, Dokumentarfilme hast du gedreht. Du hast studiert, habe ich gelesen, Philosophie, Germanistik und Ökonomie und hast also ein sehr, sehr ausgefülltes Leben auch als Journalist und hast 1991 auch einen Dokumentarfilm über Gorbatschow gemacht. Ist das richtig? Ja, richtig. Es war eine interessante Zeit damals. Es hat sich sehr viel bewegt. Jeder weiß ja, 1989 war bei uns der Mauerfall, aber für die Sowjetunion war eigentlich noch entscheidender letztlich 1991 das Jahr, weil es da besonders turbulent zuging und Herr Gorbatschow spielte zwar noch die Hauptrolle in dem Ganzen, hatte aber überhaupt keine Macht mehr. Und diesen Machtverfall, den habe ich eigentlich dokumentiert. Wie ist die Sowjetunion zu Ende gegangen? Und wenn wir uns mit der heutigen Thematik befassen, die uns im Moment droht, die Kriegsgefahr oder der Krieg in der Ukraine bis hin dazu, dass wir hier Flüchtende in Deutschland wieder haben, das sind ja alles Dinge, die irgendwo eine Ursache haben. Und deshalb finde ich es gerade heute wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie kam es überhaupt zum Zerfall der Sowjetunion und was ist danach geschehen? Ja, genau. Und ich habe so das Gefühl, im Internet ist es leider so, dass viele geschichtliche, wichtige Dinge einfach immer rarer werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Journalistin irgendwas herausfinden will, fällt es mir immer schwerer, weil Google mir nicht mehr die Sachen gibt, die ich vor fünf Jahren noch locker gefunden habe. Also es wird zensiert, es wird geshadowbanned. Man kann auch geschichtliche Zusammenhänge kaum noch mehr verstehen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, so Menschen wie dich hier zu haben, die wirklich aus ihrer eigenen Lebenserfahrung was dazu beitragen können. Vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen umschreiben, wie es damals war. Du bist ja 1969 geboren, das heißt, du warst selber noch relativ jung. Ja. Wie kam es dazu, dass du mit Gorbatschow in Kontakt kamst? Und wie hast du die Situation damals wahrgenommen? Ja, also ich hatte zwei Dinge sehr früh angefangen in meinem Leben. Ich habe als Schülerredakteur meiner Schülerzeitung, ich war Schülersprecher in meinem Gymnasium gewesen, mich mit der Frage Drittes Reich und was hat unsere Schule während der Nazi-Zeit getan, befasst. Und ich habe dann als Schülersprecher einfach eine Schülerzeitung gegründet und sagte, jetzt müssen wir mal ein bisschen auch politisch was schreiben und nicht nur über Partys und sonst was. Und es gab gerade die 100-Jahr-Feier an unserer Schule. Die Schule hieß Pädagogium, Otto-Kühne-Schule in Bad Godesberg in Bonn und kurz abgekürzt Pädda, also Pädagogium. Und ich habe die Zeitung dann der Pädant genannt, nur mit Ä geschrieben. Also ein bisschen Schalk hatte ich auch damals schon im Nacken sitzen. Und das war dann so, dass ich wegen der 100-Jahr-Feier, die da stattfand, alte ehemalige Schüler unserer Schule interviewt hatte und darüber gestolpert bin, dass also Rudolf Hess auf unserer Schule gewesen war. Und das hat mich elektriziert. Dann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich Fotos aus der Zeit haben. Und die alten Herren, das war damals ein reines Jungsgymnasium gewesen zu der Zeit, hatten dann Fotos und zeigten mir Bilder aus ihrer Schulzeit. Aber das war alles in den 30er Jahren, auch in den 40er Jahren. Und die mussten keine Hitler-Uniform tragen, keine HJ-Uniform und sowas. Und dann habe ich nachgefragt, wieso das denn? Ich sagte, ja, es gab einen älteren, früheren Mitschüler oder Schüler dieser Schule, der halt seine Hand quasi schützend über diese sehr liberale Schule gehalten hat, während er an der Macht war. Und das war halt Rudolf Hess, der Stellvertreter von Adolf Hitler. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe gesehen in den Archiven, da gab es alte Schulzeugnisse von Rudolf Hess. Da konnte ich sogar seine Noten sehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich den Mann mal interviewen. Also da hat sozusagen deine Journalist-Karriere begonnen. Ja, da war ich 14 Jahre alt, als ich mich plötzlich für sowas interessiert hatte. Oder 13, 14 war ich damals. Das war 1983 her. Und dann war das natürlich nicht möglich, einfach den Herrn Hess zu interviewen. Der saß in Berlin-Spandau hier im Alliierten-Gefängnis. Er ist ja damals 1944 nach Schottland geflogen und wollte wohl eigenständig Friedensverhandlungen aufnehmen mit Großbritannien. Und angeblich wusste Hitler davon nichts, aber das ist nie ganz geklärt worden. So, und ich wollte eigentlich ihn befragen. Und dann habe ich halt lange sehr nervige Briefe an die Verwaltung dieses Spandauer Alliierten-Gefängnisses geschrieben. Und irgendwann konnten sie es einem Jungen wie mir nicht mehr verwehren und haben zugelassen, dass ich also dieses Interview führen dürfte. Und dann bin ich angereist, war natürlich auch entsprechend aufgeregt, aber gut vorbereitet. Und dann saß mir ein Mann gegenüber. Gut, ich durfte ja keine Filmaufnahmen machen, ich durfte keine Tonaufnahmen machen. Es waren nur schriftlich Notizen gestattet. Also ich war halt im Gefängnis. Und der wusste nichts aus der Schülerzeit mehr. Der wusste nichts von seinen früheren Mitstudierenden oder Mitschülern. Und die anderen, die ich interviewt hatte, die ihn noch persönlich kannten, die hatten mir Geschichten erzählt, wie ein erstes Hockeyspiel, was überhaupt in Deutschland gespielt wurde, Feldhockey, wie ein Junge damals sein Auge verloren hat dort. Und da war er dabei gewesen. Also solche Sachen, da würde man sich dran erinnern, auch als alter Mensch dann. Und er konnte sich an nichts erinnern, sagte er. Also ich habe das dann getestet. Ich habe den Verdacht, es war überhaupt nicht Rudolf Hess. Das war irgendein Schauspieler, den sie da hingesetzt haben, weil ich so nervte, um das Interview zu kriegen. Ich habe nicht Rudolf Hess interviewt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie manipuliert wird. Also ich kann nicht beweisen, dass es nicht war. Vielleicht lebte der überhaupt nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Wer weiß es. Aber ich habe gesehen, wie staatliche Stellen... Aber es gab doch Fotos. Ja, naja, auf den Bildern hätte es eher sein können. Aber das ist ja nicht schwer, jemanden zu finden, der dann gealtert auch so ähnlich aussieht wie ein anderer Mensch. Also da kann man unglaublich manipulieren. Und das hat mich damals Journalist werden lassen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte immer die Wahrheit herausfinden. Und dann wurde ich auch sehr politisch dabei. Weil das war das eine natürlich jetzt. Das Thema Nazizeit war bei uns in der Schule ein großes Thema immer gewesen. Wir haben auch ein Konzentrationslager natürlich besucht und das Thema in der Schule mindestens dreimal im Jahr durchgenommen. Also das war damals noch eine echte gute Schulbildung, wo man sich darüber so genug unterhalten hat, dass es dann wirklich jeder wusste, was passiert war und was los war und weshalb man es nie wieder passieren lassen darf. Und ja, dann das nächste Interview, was ich dann geführt hatte, war mit Helmut Schmidt, der gerade aus dem Amt befördert worden war durch das konstruktive Misstrauensvotum 1982. Und ich habe ihn 1983 dann interviewt. Jetzt ging es um NATO-Doppelbeschluss. Und er sagte so gute Sachen, wobei ich ja ihn kritisiert hatte, weil er damals den NATO-Doppelbeschluss noch befürwortet hatte. Deshalb ist ja wahrscheinlich seine Regierung auch letztlich gestürzt, weil er das in der eigenen Partei nicht durchsetzen konnte. Und die Grünen waren damals eine neue Kraft und Oppositionskraft, die also Helmut Schmidt unglaublich unter Druck gesetzt hatten, indem sie ihm auch Stimmen bei den Wahlen weggenommen haben. Also es war, weil sie halt eine klare Raus-aus-der-NATO-Strategie vertreten hatten. Damals. Also 40 Jahre her. Aber was sind denn 40 Jahre? Ja, ich bin 1972 geboren. Ich kann mich auch an gewisse Dinge erinnern. Ich war auch gegen die Pershing-Raketen auf der Straße als junges Mädchen. Habe mich auch schon damals für Politik interessiert, weil mein Vater ja aus Ceausescus Zeiten geflohen ist. Und wir sind so erzogen worden, dass wir immer achtsam sind, was politisch passiert und immer alles schön hinterfragen. Der Wind kann sich immer schnell drehen. Ja, kommen wir doch dazu, der Wind hat sich dann ja auch gedreht, 1989 auf einmal. Und du hast also Gorbatschow dann selbst kennengelernt? Ja, naja, ich hatte mit einem Freund und Kollegen hier aus Berlin, Ulrich John, mit dem hatte ich in Russland, also in der Sowjetunion, hieß es ja damals noch, Spielfilmprojekte, also das Leben des Tchaikovsky oder von Maxim Gorky, die Lebensgeschichte. Da habe ich als kleiner Produktionsassistent angefangen. Ich war wirklich noch fast Teenager. Und wir haben diese Filme zusammen gemacht. Oder ich habe mitmachen dürfen als Assistent und war deshalb auch mal in der Sowjetunion dann gewesen. Und ich habe mich dann dafür interessiert, was da politisch ab 85 mit Perestroika und Glasnost stattfand, weil das war natürlich spannend. Einerseits fühlte ich mich immer links und sozialistischer als kapitalistischer, wenn man mir die Frage stellen würde, willst du lieber sozialistisch oder kapitalistisch leben, würde ich heute noch sagen, lieber Sozialismus als Kapitalismus. Aber das ist eine persönliche Frage und ich sage mal eine philosophische Frage für jeden Menschen, wo er sich eher zu Hause fühlt und zurechtfindet. Aber ich habe damals gesehen natürlich einen Sozialismus, der stalinistisch umgesetzt wird, diktatorisch umgesetzt wird. Der ist ja nicht freiheitlich und das ist also ein großer Widerspruch. Und andererseits ist der Kapitalismus mit seiner Freiheit vielleicht auch nicht so frei, wie er vorgibt zu sein. Und deshalb habe ich immer gesagt, also mich interessiert, was ist tatsächlich im Sozialismus möglich. Und da war der Übergang zu Gorbatschow, war es spannend zu sehen und ich war ein Fan von ihm, dass er es demokratisch werden lassen wollte. Ich glaube, das war eigentlich der Anreiz, weshalb ich ihn unbedingt interviewen wollte. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht, ja. Wie hast du das denn so gesehen? Weil ich damals, ich war ja auch jung, ich war 18 Jahre alt und ich dachte, jetzt kommt die Freiheit für uns alle, jetzt vereinen wir uns, jetzt gibt es Frieden. Bis ich natürlich ein paar Jahre später festgestellt habe, dass das doch nicht ganz so war. Ich denke mal, dass die Generation, die junge Generation damals auch damit beschäftigt war, ja, es einfach zu leben. Ja, die Techno-Generation hier in Berlin damals, wir haben mit den Ossis sozusagen zusammen gefeiert, uns kennengelernt, uns akzeptiert, uns lieben gelernt. Und dann hat man dann schon festgestellt, irgendwas stimmt hier nicht ganz, ja. Ich habe dann einen Ausschnitt, den wir jetzt auch zeigen werden, mit dem Herrn Genscher, das war unser damaliger Außenminister und der Herr Baker. Der hat in die Kamera gesagt, sie werden sich nicht, also die NATO wird sich nicht in den Osten erweitern. Dieser Ausschnitt, du warst derjenige, der das gefragt hat, ist das richtig? Ja, ich war einer der Journalisten, wir waren damals in New York vor den Vereinten Nationen, das war im September 1990, also ich glaube genau zwei Wochen vor der Niedervereinigung, also ich sage mal Niedervereinigung, das ist manchmal eine freudsche Fehlleistung, aber ich sage mal, rückblickend könnte man es vielleicht wirklich Niedervereinigung nennen. Aber ich war also da auch als Journalist akkreditiert bei dieser Pressekonferenz und das war vor den Vereinten Nationen, glaube ich, standen wir da und da haben mehrere, haben was dazu gefragt zu dem Thema, aber ich habe halt noch zu dem Thema dann nochmal weiter nachgefragt und habe dann diese Antwort bekommen, also es besteht nicht die Absicht in der DDR, die dann ja noch zwei Wochen DDR war und nach der Wiedervereinigung, Truppen dort zu stationieren, die unter NATO-Befehl stehen. Gut, das steht auch im 2-plus-4-Vertrag, also im Ostteil darf keine NATO stehen. Und ich weiß, dass man das auch Gorbatschow gegenüber immer so versprochen hat. Das hat er in den Interviews mit mir auch immer bestätigt. So, dann kam natürlich das Folgende noch, also Genscher sagte das so und er sagte auch darüber hinaus und das ist der interessante Punkt gewesen und James Baker, der hat dabei etwas kritisch geguckt, wenn man sich das ansieht, dann, das wurde ihm ja übersetzt, der hat das schon verstanden, was da gesagt wird und vielleicht wollte er das selber nicht so sagen. Sagen wir mal so, wenn man ihn fragen würde, ich habe ihn später mal gefragt, da hat er gesagt, nee, wir haben es ja überhaupt nicht so gesagt. Also es war auch, der Streit ist jetzt so zu bewerten, es wurde nicht schriftlich gemacht. Und ich habe Gorbatschow 1991, zwölf Tage vor dem Ende der Sowjetunion, am Freitag, dem 13. Dezember 1991, vier Stunden lang interviewt und in dem langen Interview waren Fragen aufgetaucht, also erstmal die NATO-Osterweiterung, wird es sowas in der DDR geben? Wir haben gar nicht davon gesprochen, dass es im Baltikum sein würde, dass wir, also Polen, das war alles nicht das Thema, oder Rumänien, dass die plötzlich alle NATO-Mitglieder, das hatten wir 1991 natürlich nicht gedacht. Also ich habe immer nur noch mit der DDR argumentiert und gesagt, was wird denn da sein und so. Und Gorbatschow hat dann gesagt, ja, wir haben es leider versäumt, alles schriftlich festzuhalten. Weil das war eigentlich das, was er noch wollte und er hat aber die Macht nicht mehr. Die Macht für ihn und damit das Ende der Sowjetunion ist sichtbar weg gewesen, als er im August ein paar Tage, vier Tage waren es glaube ich, auf der Krim sich selbst gefangen genommen hatte und einen Putsch vorgetäuscht hat. Das war eine Aktion, da wollte er das Lager von Jelzin mit schwächen, in dem er sehen konnte, wer so alles, auch welche Generäle dann mit desertieren quasi und auf Seiten Jelzins dann stehen werden. Also er hat so, ja, dann die alle, also den Kopf kürzer machen können, ohne jetzt jemanden umbringen zu lassen, aber feuern können. Weißt du, was ich nicht verstehe, ist einfach, soweit ich das auch damals verstanden habe, weil ich bin ja auch Zeitzeuge, war das schon so, dass der Gorbatschow sich, was die NATO-Osterweiterung anbetrifft, ja dazu geäußert hatte und auch gesagt hatte, dass es so war. Dann später war es so, dass er das irgendwie wieder revidiert hat. Was ist denn da eigentlich passiert, dass er damals das so gesagt hat und vor ein paar Jahren hat er sich da wieder gedreht? Naja, also ich will nicht sagen, dass es, weil er irgendwo käuflich wäre oder etwas, das ist er garantiert nicht, das hat er auch nicht nötig. Sondern es ist so, dass er im beginnenden Ukraine-Krieg 2014, plötzlich, er hat ja eine sehr deutliche Sprache damals gewählt und gesagt, also es ist absolut richtig, was Putin da tut. Gut, das hat er so deutlich gesagt und dann war er plötzlich nicht mehr Liebkind hier, nicht mehr unser Gorbi. Und das habe ich ganz deutlich gemerkt, als wir, wir sind nochmal aufeinander getroffen, wir waren eingeladen zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Also ich bin ja quasi das Enfant terrible der ganzen Geschichte. Mich will man eigentlich nicht da haben, aber man muss mich einladen, weil ich halt die Frage bei der Schabowski-Pressekonferenz gestellt hatte damals, die letzte, nachdem dann Schabowski seine komische Antwort gegeben hat, die das Ding ausgelöst hat. Und deshalb mussten sie mich quasi einladen, wollten mich aber nicht einladen. Ja, ich sitze dann immer so an so einem Katzentisch quasi. Und normalerweise ist Gorbatschow bei solchen Anlässen, wird der natürlich beklatscht und bewundert und auf die Bühne gestellt, darf ein Grußwort halten oder irgendwas und sitze dann neben der Bundeskanzlerin in dem Fall. Und der saß plötzlich an meinem Tisch, hinten in der hintersten Ecke im Schauspielhaus. Hat man hinterher hingesetzt. Ja, und dann saßen wir quasi alleine an einem Tisch in der hintersten Ecke im Schauspielhaus, bei dem Gala-Dinner dann. Und dann haben wir uns nochmal in Ruhe länger unterhalten können. Und das war, also ohne Kameras natürlich und ohne Aufzeichnung. Und da hat er auch gesagt, also er findet es ein Ding, ein Unding, wie man behandelt wird, wenn man einmal nicht mehr das sagt, was die alle von einem erwarten. Und ich habe das ja selber in meinem Leben auch öfters erlebt, dass es, wenn es nicht passt, dass man dann sehr schnell in Schwierigkeiten geraten kann. Und er sagte dann so, ja, er sieht es nach wie vor so, es war sein größter Fehler, nichts schriftlich sich geben zu lassen, zu vertrauen. Ich meine, allein das Wort Vertrauen in der Politik, ein Staatsmann, der im Prinzip einen Handschlagdeal mit Helmut Kohl im Kaukasus gemacht hat und die Wiedervereinigung dadurch ermöglicht hat, dem müsste man ja ewig dankbar sein. Da müsste man doch auch entsprechend den Respekt entgegenbringen und ihn nicht dann hintenrum verladen und sagen, naja, weil es nicht schriftlich gemacht ist, kein Staatsvertrag darüber existiert, machen wir einfach, was wir wollen. Und das ist ja, was jetzt passiert. Gut, vor ein paar Wochen kam ja wieder was raus, so eine Randnotiz, die schriftlich wohl irgendwo verfasst wurde. Aber es war ja eigentlich klar, und wenn man sich anguckt, heutzutage auch bei uns die Gesetze in der Wirtschaft zum Beispiel, du hast ja auch Ökonomie studiert, Handschlag gilt aber auch. Ja, natürlich, das gilt eigentlich, aber jetzt kommt, und das war diese Randnotiz, die man, ich glaube auch im Fokus und Spiegel habe ich es gelesen, dann jetzt gefunden und veröffentlicht hat, die sind aber nur von James Baker gemacht worden und zusammen mit Shevardnadze, dem sowjetischen Außenminister. Also das hat völkerrechtlich leider keinerlei Bedeutung. Also ich meine, wenn man solche Sachen macht, dann muss am Ende der Präsident des jeweiligen Landes, der es völkerrechtlich vertritt, das unterschreiben. Und das reicht nicht, dass ein Minister freundliche Worte irgendwo und vielleicht noch was, irgendwo auch eine Note austauscht. Ein Minister ist nicht ein Bundeskanzler oder Staatspräsident. Das ist einfach der völkerrechtliche Punkt. Deshalb können die sich dummerweise darauf berufen, dass es nichts Schriftliches gibt. Aber ich meine, wenn es schon so weit ist, warum redet man dann davon, dass ein Aggressor irgendwo jetzt sei in Form von Herrn Putin, dass er ein Aggressor sei, nur weil er sagt, Leute, also kommt nicht in mein Schlafzimmer. Ja, es ist, irgendwann ist da mal halt Schluss und das ist das, was wir im Moment erleben. Und das ist übrigens im letzten Interview mit Gorbatschow von 1991, also das offizielle letzte Interview, als er noch Staatspräsident war. Da habe ich die Frage gestellt, wie wird das denn sein? Es sind ja über 15 Millionen russischsprachige, kulturell russische Menschen, die in der Sowjetunion auf Gebiet leben, was dann nicht mehr Russland sein wird. Also nicht mehr, weil die Sowjetunion mit, ich glaube, 23 Republiken zerfällt. Was machen wir denn mit diesen 15 Millionen Menschen? Er sagte, ja, ich habe alles versucht, für sie Absicherungen zu treffen und bilaterale Verträge vorzubereiten und so. Aber ich habe keine Zeit mehr. Also da wurde auch bewusst so ein Druck gemacht, dass es ganz schnell gehen muss, damit eben nicht solche Sachen geregelt werden. Das einzige, was er noch hat regeln können, war ein Staatsvertrag über die Krim, dass dort die Schwarzmeerflotte der russischen Marine stationiert bleiben darf. Erstmal, ich glaube, für 20 Jahre, dann musste das verlängert werden. Also es war auch nicht so klar. Und ich habe auch über die Krim, habe ich dann noch gefragt und er sagte, ja, eigentlich war die immer russisch. Also wenn wir in die Geschichte gucken, wissen wir, bei Katharina, Katharina die Große, als die deutsche Prinzessin dann russische Zarin wurde, hat sie ja mit Potjomkin, dem General Potjomkin, der hat es ja aus dem Osmanischen Reich quasi die Krim rausgelöst und zu Russland gebracht. Und seitdem war sie immer russisch. Nur das Rutschow, dann als, ich glaube, 1956, 1957 war das, glaube ich. Ja, da hat er dann, weil er selber sich als Ukrainer fühlte und... Als Wiedergutmachung, wie ist es damals? Ja, hat er das damals so einfach übertragen, so in einer schönen Geste, was er allerdings so ohne Bedeutung war, war innerhalb der Sowjetunion. Und also es ist so, wie wenn ich jetzt sage, ist die Stadt Lindau am Bodensee, ist die bayerisch oder ist sie baden-württembergisch? Also gut, die Menschen, die da leben, die würden sich vielleicht aufregen, wenn ich sie plötzlich nicht mehr als Bayern bezeichne, sondern als Baden-Württemberger. Aber es wäre ohne Belang, ohne Bedeutung letztlich. Wie auch immer, Sevastopol selber hat ja, die haben ja einen Vertrag gehabt über, ich weiß nicht, Jahrzehnte, dass sie dort stationiert sein dürfen mit den russischen Soldaten. Das ist unanfechtbar im Grunde. Darüber wird natürlich im Westen ganz anders gedacht. Aber mir ist damals auch aufgefallen, also ich war 1995 in Rumänien und habe da einen Dokumentarfilm gedreht. Ich hatte ein paar tausend Euro Mark übrig und habe zwei Freunde mitgenommen, einen Kameramann und einen Regieassistent und habe gesagt, komm, wir gehen mal nach Rumänien. Wir hören ja gar nichts aus Rumänien seit der Wende. Und mir ist dann aufgefallen, es war Maria Himmelfahrt, wir waren am Meer, weil ich gesagt habe, wir müssen unbedingt ans Meer an Maria Himmelfahrt. Maria ist die Schutzpatronin der Meere. Lass uns mal gucken, was da los ist, weil da fahren alle Schiffe auf am Schwarzen Meer. Und ich war sehr, sehr erstaunt, 1995, dass ich so viele Amerikaner dort gesehen habe, komplett in weiß natürlich, wie die Marine da aussieht. Und da habe ich gedacht, was zum Kuckuck machen die Amerikaner in Rumänien? Noch bevor die EU überhaupt darüber nachgedacht hatte, da Kontakte mit Rumänien aufzunehmen, war Amerika schon längst drin. Und wir wissen auch, dass am Schwarzen Meer gibt es ein Cogniziano, so heißt dieser Flughafen. Klar. Das ist ein US-Military-Stützpunkt oder NATO-Stützpunkt, sehr weit abgeriegelt. Man weiß also nicht, was dahinter passiert. Es gibt natürlich viele Gerüchte. Aber ich war schon erstaunt, dass so viele Amerikaner schon dort waren. Das heißt, da ist für mich auch eine kleine Welt zusammengebrochen, weil keiner darüber berichtet hat. Und dieser Film ist bei mir auch nicht digitalisiert, der ist noch auf VHS. Und da habe ich verstanden, dass während wir uns alle gefreut haben, dass wir wieder zusammen sind und dass jetzt Frieden ist, dass da schon neue Fronten aufgebaut wurden. Ja, wobei die ja nie deshalb da sind, weil man das Militär unbedingt einsetzen will. Sondern man will eigentlich einen Wirtschaftsraum absichern. Und das war jetzt auch das, was ja mit der Krim eigentlich passiert ist. Ich habe 2014, als das dann passiert ist, ich war in der Pressekonferenz bei Putin zur Jahrespressekonferenz 2014, im Dezember ist die immer irgendwann, war ich in Moskau. Und da habe ich dann gehört, wie mir Kollegen das erzählt hatten, was die da an Bohrungen bereits gemacht haben. Seit über 15 Jahren wurde da gebohrt an Öl- und Gasfeldern, die also wohl ein Volumen hätten, im sogenannten Deep Horizon, also Tiefseebohrung. Dass sie dort erwarten wie einen zweiten persischen Golf, also wirklich eine Goldgrube. Und da gab es wohl ein Interesse dran und dann ist es ja so vom Völkerrecht her, vom Seerecht auch, dass die Bodenschätze einer, im Meer vorgelagert einer Küste, dem Land zustehen, welches 200 Seemeilen, nautische Meilen, das sind 374 Kilometer, die Küstenstreifen, also den Radius da besitzt, so ausgedrückt, ein bisschen kompliziert alles. Aber das wäre, wenn man sich die Lage der Krim anguckt, wäre das so fast, weil die ja sehr zentral im Schwarzen Meer quasi liegt, wäre das so ziemlich die Hälfte des Schwarzen Meers. Und die andere Hälfte dann Türkei oder Bulgarien oder so. Und von der ukrainischen Küste bleibt so gut wie nichts übrig dann. Also wenn die einen Zirkel ansetzen bei Mariupol oder Odessa oder was, kommt nicht mehr viel raus. Und ich glaube, das ist das Hauptziel. Also die Bloomberg News haben das geschrieben, kannst du das noch online, habe ich gesehen bei EU Chronicle, unserem euchronicle.eu-Webzeitung, die ich auch betreibe, da kannst du es noch sehen, sind die noch online, die Links zu Bloomberg News, die 2014 gesagt haben, Exxon, die amerikanische Ölfirma, hat also über 5 Milliarden Dollar schon investiert in die Erforschung dieser Quellen und der möglichen Gasquellen. Und sie haben gesagt, sie werden am Ende wahrscheinlich mit Gazprom zusammenarbeiten. Also darum geht es letztlich und sie können es auch nicht alleine. Wir erinnern uns, als im Golf von Mexiko vor ein paar Jahren eine Ölplattform explodiert ist mit furchtbar vielen Toten. Und ich glaube, über 150 Arbeiter sind da gestorben, weil es so eine Tiefenbohrung war, eine Deep Horizon-Bohrung. Und da ist der Hayward, der Chef von der amerikanischen Ölfirma, der ist dann nach Moskau geflogen und hat die Russen gefragt, ob sie ihm helfen können, das Ding zu stopfen. Also es sind solche technischen Dinge, wo diese beiden Nationen zusammenarbeiten müssen, das können die sonst nicht. Und Putin hat das auch mal irgendwann 2014 dann gesagt. Er sagte, ja, also die wollen Sanktionen gegen uns machen wegen der Krim. Wir haben hier sechs gemeinsame Projekte mit der Gazprom und amerikanischen Gas- und Ölfirmen. Im arktischen Meer unter anderem, gut, finde ich alles nicht schön, weil es den Umweltschutz ja nun auch sehr tangiert. Aber sie sollen das jetzt auf Eis legen oder wollen die noch weiter mit uns Geschäfte machen? Also ich sage mal, dieses mit den Sanktionen, dass sich gegenseitig die Supermächte Sanktionen geben und gleichzeitig wieder zusammenarbeiten müssen, das sollte man mal langsam sich die Augen öffnen lassen. Was bedeutet das denn für uns kleinere Partner in dieser Sache? Also wir schießen uns gerade selber ins Knie mit Sanktionen. Die deutsche Wirtschaft, der deutsche Mittelstand, die kriegen alle Riesenprobleme jetzt wegen der Sanktionen, weil wir zum Teil 30, 40 Prozent unseres Exports geht ja auch nach Russland. Das sind alles Sachen, die betreffen jetzt uns kleinen Leute hier in Deutschland. Und die Amerikaner, die werden am Ende wieder kommen und sagen, die Deutschen hatten zwar Krieg mit Putin gehabt, haben sie natürlich mal wieder verloren, wir werden auch diesen Krieg mit Russland verlieren. Ich weiß noch nicht, wie stark wir da involviert sein werden, aber wir werden natürlich nicht gewinnen. Und die Amerikaner, die wischen das dann weg und die gehen danach wieder hin und machen weiter Geschäfte mit Russland. Und wir stehen erstmal wieder vorm Nichts dann. Also im Moment fließt ja nach Deutschland immer noch Gas und Öl. Die Frage ist, warum die Preise zu hoch gestiegen sind, aber das ist eine andere Frage. Ja, das ist eine politische, gewollte Sache, denke ich. Also weil das Gas und Öl ist ja vorhanden, ja. Genau. Also was mich interessiert ist, wie siehst du das im Moment? Weil wir hatten das Problem ja schon mal 2014. Danach ist das irgendwie ein bisschen medial untergegangen. Wobei, wenn man sich wirklich bemüht hat, da reinzuschauen, hat man sehr wohl erkannt, dass im Grunde seit 2014 dauernd Krieg geherrscht hat im Donetskbecken, Donetsk und Lugansk. Ich hatte auch einige Menschen interviewt aus der Region, weil ich viel in Russland und Ukraine auch war. Und merkwürdig ist, dass die Friedensbewegung im Moment anscheinend nicht versteht, was da wirklich läuft und dass die Aufklärung auch dementsprechend mager ist. Also seit 2014 sind inzwischen 14.000 Tote in Donetsk und Lugansk in diesen Regionen gewesen. Es war jedoch nicht die russische Armee, die da dauernd bombardiert hat, sondern es waren hauptsächlich Assov-Bataillone, die zusammenarbeiten mit der ukrainischen Regierung. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht, was du weißt und auch was du recherchiert hast, hier noch was dazu beitragen. Denn ich denke, gerade im Moment ist wirklich jegliche Art von Informationen wichtig, damit man einfach einen Rundumblick bekommt. Der Zuschauer soll einen Rundumblick bekommen und verstehen, was da wirklich läuft. Aus deiner Sicht einfach. Ja, ich war 2014 ja das letzte Mal in der Ukraine. Ich bin seitdem nicht dort gewesen. Ich war auf der Krim ein paar Mal jetzt gewesen. Dann darfst du nicht mehr in die Ukraine einreisen. Ja gut, das hat man mir dann auch gesagt, aber ich sagte, es ist auch für mich entbehrlich. Ich muss nicht unbedingt in die Ukraine wieder. Aber als ich da war, das war ja zu Maidan damals gewesen. Ich hatte auch mit Klitschko damals gesprochen, den ich damals für jemanden hielt, der eigentlich wahrscheinlich der einzige ehrliche Politiker. Das klingt wie ein innerer Widerspruch. In der Ukraine ist, weil er nichts klauen muss. Weil er ganz gut abgesichert ist durch seinen Sport und ganz gut verdient hat und tatsächlich ehrliche Ansichten hatte. Also, dass er nun kein toller Politiker ist, weil er vielleicht das auch nicht alles durchschaut hat, was da abgespielt wurde und mit ihm gemacht wurde auch, ist eine andere Frage. Aber er hatte zumindest ehrliche Absichten. Und ich habe mit ihm oft gesprochen und auch dann an dem Tag, als das am Mai dann losging, also als es dann zu der Revolution oder dem Umsturz kam, habe ich mit ihm gesprochen. Und der war also eigentlich jemand, der das auch erkannt hatte, wo er sagte, ich möchte nur, dass wir Frieden haben. Auch mit Russland, natürlich. Ja, also er war so richtig ein knuffiger, netter Mensch und garantiert nicht korrumpierbar. Und der hat es nur nicht gemerkt. Also ich habe immer zu ihm gesagt, hören Sie bitte nicht darauf, was Herr Steinmeier sagt. Der war nämlich auch gerade da. Der war Außenminister. Steinmeier hat damals also Janukowitsch quasi hinters Licht geführt und hat ihm gesagt, wir halten zu Ihnen, wenn Sie jetzt auch ein paar Reformen da machen. Also es waren immer so fadenscheinige Dinge. Und Steinmeier und auch der französische Außenminister, der mit dabei war, den Namen habe ich gerade vergessen, ich habe ihn aber auch gesprochen damals. Die haben also Zusicherungen gegeben, worauf sich Janukowitsch auch verlassen konnte. Und dieses Papier, das hätte eigentlich verlesen werden müssen, das wäre kein Problem gewesen, wenn Herr Steinmeier sich auf den Maidang gestellt hätte und hätte das verlesen, was er mit Janukowitsch ausgehandelt hat, dann wäre der, sage ich mal, zumindest im Amt geblieben oder nicht so rausgejagt worden. Er hat ja auch, ich glaube, das Misstrauensvotum hatte nicht das entsprechende Quorum. Es sollten nach Verfassung in der Radar 75 Prozent für die Abwahl, also für das konstruktive Misstrauensvotum zusammenkommen und es waren nur 72 Prozent. Also der ist eigentlich… Eigentlich war das ein kleiner Putsch, sozusagen. Naja, ich meine, Frau Merkel hat ja dann später gesagt, als es um die Krim ging, sagt sie, man muss die ukrainische Verfassung verteidigen. Und ich habe immer gesagt, auch übrigens zu Frau Merkel im Gespräch dann in der Pressekonferenz mal, habe ich dann auch gesagt, aber wenn jetzt einerseits die Verfassung der Ukraine das höchste Gut sein soll und demnach die Krim halt zur Ukraine weiterhin gehören soll, wie kann das denn sein, dass die Verfassung dann nicht gilt, wenn im Parlament Abstimmungen gemacht werden? Und also der… Ja gut, Frau Merkel braucht man, glaube ich… Ja, zweierlei Maß, ja, also das war wieder… Ralf, ich glaube, Frau Merkel braucht man nicht zu fragen, denn als in Thüringen gewählt wurde und sie aus Afrika gesagt hat, also damit ist sie nicht so einverstanden. Ja, wir kennen sie ja alle lang genug. Aber Klitschko zum Beispiel, der hat damals, der hat mit den Augen gerollt, der hat das auch nicht verstanden, was da los ist. Und dann hat er eine Rede zugesteckt bekommen, das war von Elmar Bruck, dem CDU-Europaparlamentsabgeordneten damals, der lange da tätig war. Und der war gleichzeitig für Bertelsmann im irgendwelchen Lobbysing, also ganz offiziell hat er sogar versteuert und dem Parlamentspräsidenten immer angezeigt. Also er ist ein Lobbyist für Bertelsmann gewesen, aber gleichzeitig CDU-Mitglied des Europäischen Parlaments. Und der kam plötzlich auf uns zu und der gab vor meinen Augen, Klitschko, ein Fax, was da angekommen war. Komischerweise gab es noch Faxe und das war von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das war die Rede, die Herr Klitschko halten sollte auf dem Maidan. Die haben die ihm vorformuliert. Und gut, dann habe ich mich mit Klitschko hingesetzt und wir haben ein paar Sachen, irgendwie hat er zu mir Vertrauen gehabt. Ich habe gesagt, also wenn Sie das hier nicht ganz genau verstehen, dann reden wir lieber drüber. Und er sagte, ja, das verstehe ich hier nicht und das nicht. Und dann saßen wir in der Ecke da und haben die Rede redigiert, weil ich habe gesagt, wenn Sie das sagen, dann gibt es Bürgerkrieg. Wenn Sie das sagen, dann, also ja, es war so ein richtiges Eierlaufen eigentlich. Und ich habe das also noch entschärft, was er dann später da vorgelesen hat. Und dann kam ja die Schießerei mit den, also offiziell sagt man, es wäre Berkut gewesen, also die Polizeieinheit, die halt auch bekannt ist für sehr brutales Vorgehen, sage ich mal, in der Ukraine. Die gab es schon immer und Berkut heißt die. Und es war später rausgekommen, dann sogar Monitor und andere westliche Fernsehmagazin haben das dann so ein, zwei Jahre später herausrecherchiert. Ja, es wurde damals wirklich berichtet. Ja, also diese Scharfschützen offensichtlich nicht von Präsident Janukowitsch geschickt waren. Weil es kommt ja immer so diese Geschichte, da lässt ein Präsident aufs eigene Volk schießen. Und dann hat man natürlich die Emotionen. Das ist so, wie wenn man sagt, Putin hat ein Kinderheim beschossen. Also ich meine, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, das ist sowieso sehr, sehr schwer überprüfbar. Im Krieg wird immer gelogen. Natürlich und zwar auf beiden Seiten. Also ich meine, ich glaube den Russen da auch nicht mehr. Ja, aber es ist so, dass die, was die Medien daraus machen, die schüren natürlich Emotionen und das soll eine Reaktion wieder bringen. Und in dem Fall war es halt so, das habe ich in Venezuela auch erlebt, da war der Putsch gegen Präsident Chavez damals. Ich stand ja damals auch fast neben ihm, als das passiert ist. Während meines Interviews wurde geputscht mit ihm. Und da wurde auch geschossen auf der Straße. Deshalb bin ich ja zum Präsidenten gegangen und habe ihn interviewt, weil ich sagen wollte, was ist denn los? Warum lassen sie auf ihre Leute schießen? Und da kam es später auch raus. Das war in einem Hochhaus hinter der Brücke, wo man, also auf Fernsehbildern sah man auf der Brücke Leute stehen, die haben mit einer Pistole, normalen 9mm Pistole, auf eine Menschenmenge geschossen. Und man hat diese Leute identifizieren können und sagte, oh, das sind Chavez-Anhänger, die auf der Brücke stehen und die schießen auf Oppositionsdemonstranten. Aber die waren über einen Kilometer weit weg und jeder, der sich ein bisschen mit Ballistik auskennt, weiß, dass so weit eine Pistole nicht reicht. Aber ein Scharfschützengewehr, das natürlich hat diese Möglichkeit. Und die Scharfschützen, die tatsächlich auf die Menschen da geschossen hatten, die saßen auch in einem Hochhaus hinter dieser Brücke. Und das hat man später auch alles rausgefunden. Aber erstmal war die Lage so, man sagte, Chavez, der Präsident Venezuelas, lässt auf sein Volk schießen. In dem Moment bin ich natürlich da hin und habe gesagt, was ist da los? Und dann kam das Militär rein und sagte, sie müssen ihn jetzt verhaften. Und dann war er für zwei Tage weg. Also es ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Ich weiß noch, 2014, 2015 wurde schon berichtet, auch über die Assov-Bataillone. Man hat Symbole gesehen, Nazi-Symbole gesehen, man hat über Bandera gesprochen, man wusste gar nicht, wer Bandera war damals. Es gab relativ viele Filme, auch im ZDF hatte man darüber berichtet und auch im ARD. Ja, die gibt es sogar noch online. Ich habe sie neulich auch mal wieder rausgesucht und wieder neu gepostet, damit man sie nicht ganz verliert. Ja, aber das Merkwürdige ist, es ist so, als ob es eine Amnesie gibt. Man weiß nicht mehr, was damals war. Jetzt heißt es irgendwie, das sind alles demokratische Kräfte, die da für die Ukraine arbeiten oder auch schießen. Wie kann es passieren, du bist ja auch Journalist, wie kann es eigentlich passieren, dass man so schnell Dinge vergisst und die einfach nach hinten schiebt und da gar nicht mehr drauf eingeht und wir heutzutage sogar noch Waffen, mit Waffen unterstützen, sogar über Rammstein, weil die Amerikaner natürlich das nicht direkt sich die Finger dreckig machen wollen. Und die haben ja auch versucht, über Polen sich die Finger nicht dreckig zu machen. Ja, die MIG-29 zu schicken. Also wie kann es passieren, dass man innerhalb von acht Jahren Dinge vergisst und sie sogar verdrängt? Also wir alle sind ja Menschen und wir haben alle auch unsere eigenen Nöte und Sorgen in unserem Leben und vielen Menschen geht es im Moment sehr schlecht wegen dieser komischen Pandemie-Geschichte, die halt die Wirtschaft runterfährt. Und dann kommt noch der Krieg dazu. Ich meine, die Menschen sind auch irgendwann überlastet, wahrscheinlich sich alles zu merken. Nach zwei Wochen vergisst man viele Sachen. Also das ist so, die Aufmerksamkeit bei uns Menschen ist auch bei uns Journalisten. Wir sind auch letztlich irgendwann, klar, wir müssen uns immer wieder mit einem Thema befassen und holen dann das wieder hervor. Und du und ich, wir haben das natürlich, weil wir das als Beruf ausüben, haben das natürlich auch irgendwo trainiert, dann uns bestimmte Daten und Fakten immer noch bereit zu halten. Aber es ist ja auch so, wir müssen nichts anderes machen. Also ich meine, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwo richtig arbeiten müsste, körperlich vielleicht sogar oder irgendwas, habe ich vielleicht auch nicht die Zeit, die Lust und die Kraft dann, wenn ich abends zu Hause bin, noch zu recherchieren, war das eigentlich vor acht Jahren oder vor neun Jahren, als die Schießerei hier oder dort war. Das muss der Journalist machen. Und da ist eigentlich die Verantwortung für die Journalisten. Und wir sind ja als Informationsüberbringer tätig. Wir müssen sehen, dass es filtern und das dem Zuschauer oder dem Leser wieder so nahe bringen, dass wir sagen, okay, dies sind die tatsächlichen Fakten. Und das macht im Moment kaum noch jemand bei den Mainstream-Medien. Also das ist nur noch Propaganda, was jetzt rausgehauen wird, damit man eine Erzählung, das finde ich sowieso falsch, die Storytelling kommt immer. Also es wird dann immer eine Oma aus der Ukraine gefunden oder ein Kind hier, was natürlich anrührend als Geschichte ist. Und daran hängt man das dann auf. Und das hat also dieser Relotius perfektioniert beim Spiegel damals. Aber die machen das doch alle. Das Storytelling wurde vor über 30, 40 Jahren eingeführt in Amerika, fing das schon an. Eine kleine Geschichte wird aufgebaut und vor dem Hintergrund wird eine gesellschaftliche Problematik erörtert. Das soll angeblich dem Zuschauer, dem Leser es einfacher machen, sich mit dem Thema zu befassen. Das kann zwar sein, aber dann kommt am Ende nur noch Storytelling. Und das ist dann nicht mehr die Faktenlage. Und deshalb hat dieser Herr Relotius, der hat eigentlich das Gold richtig gemacht. Der hat das so gemacht, der hat das perfektioniert, der ist gar nicht mehr hingefahren selber und hat also gefälschte Interviews oder sowas veröffentlicht, weil er wusste, was erwartet wird. Ja, und er hat auch Geld dafür kassiert. Ja, aber das machen ja andere auch. Also ich sag mal, das ist so heuchlerisch gewesen, dass sie jetzt den einen Kollegen da sich rausgepickt haben, okay, der war vielleicht der 30. Aber ich sag mal, das sehe ich schon fast wieder als Kunstprojekt. Ja, aber die Gala macht das doch schon immer. Ja, eben, ich weiß ja, die anderen machen das auch. Und ob sie über eine Königin von Monaco oder irgendwas schreiben und sagen, die hat schon wieder geheiratet und es stimmte nicht oder irgendwas. Ja, aber es wird ja gelesen und konsumiert und die Leute vergessen es auch wieder. Und deshalb kann man es jede Woche neu schreiben, weil die Leute, es ist ja nicht wichtig. Aber es hat ja natürlich auch Ausmaße, die das annimmt. Und ich bin zum Beispiel Pazifistin, ja, also ich wehre mich schon, wenn mich jemand angreift, aber ich greife niemanden an, komme auch nicht drauf, jemanden anzugreifen. Nur hat das jetzt Ausmaße angenommen, dass wirklich diese Friedensbewegung, die ja auch von unserem Steinmeier aufgerufen wurde, von Bundespräsidenten, bitte geht auf die Straße für den Frieden. Und wenn man dann die Schilder gesehen hat, Waffen an die Ukraine oder Ukraine in die NATO, dann denke ich mir schon, da ist also wirklich irgendwas ganz aus dem Ruder gelaufen. Weil früher war es in der Friedensbewegung zumal, so kenne ich das, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, raus aus der NATO war eigentlich. Ja, das ist die Losung gewesen, wo wir mit Petra Karin Kelly damals im Hofgarten in Bonn waren wir auch, 150.000, 200.000 Leute, das war für Bonn, diese kleine Stadt war das enorm viel. Das ist wie wenn wir hier eine Million Leute hätten in Berlin oder so. Also da war genau das die Losung und damals war ich auch sehr nah bei Petra Karin Kelly und General Bastian dabei, bei diesen Demos, hab sie interviewt und sowas. Also es war eine spannende Zeit und da war es auch klar, das war eine Richtung, dass man, man wurde ja dann beschimpft als fünfte Kolonne Moskaus. Also Kohl, der sagte, wir seien die fünfte Kolonne Moskaus, weil wir quasi im Dienste Moskaus demonstrieren würden gegen die Nachrüstung, also die Stationierung der Pershing und der Cruise Missiles und so weiter, NATO-Doppelbeschluss und so. Also ja und das war, also da waren wir verdächtig als Vaterlandsverräter im Prinzip, weil wir sagten, oh bitte kein weiteres Wett rüsten. Also schon damals. Und heute ist es umgekehrt, ja. Naja und die Grünen, die haben halt in den 40 Jahren, haben sie sich also derartig gewandelt, dass sie jetzt das machen, was eigentlich die SPD vor dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Sie hat die Kriegskredite damals bewilligt, die Kaiser Wilhelm wollte, 1914 und dann ging es auch los. Und das war jetzt genau das. Scholz sagt, ich möchte die Kriegskredite, also das heißt ja nicht Kredit in dem Fall. 100 Milliarden, 100 Milliarden Euro. Ja erstmal nur 100 Milliarden, aber jetzt kommt noch was Schlimmeres. Es wurde gestern gesagt, ein Aufrüstungsetat von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das ist enorm viel Geld, bisher waren wir bei 0,8 Prozent glaube ich, also es ist mehr als verdoppelt worden. Aber das hätte ja auch Trump gefordert. Ja, das ist ein NATO-Ziel gewesen, schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten sogar. Aber wir haben uns dem immer verweigert, weil wir, alle Politiker in Deutschland haben sich dem verweigert, selbst die CDU hat gesagt, also wie viele Waffen wollen wir noch kaufen, für was eigentlich. Und jetzt plötzlich tauchen Dokumente auf, da wurde das NATO-Truppenstatut Anfang diesen Jahres geändert, das heißt es ist in der Bäckschen Gesetzgebungsliteratur, das ist ja quasi ein Standardwerk, da steht ja der NATO-Truppenstatutvertrag von 1957 kann man lesen und da wurde dann alle paar Jahre mal was geändert. Und die letzten Eintragungen waren so in den 90er Jahren, die auch fortgeschrieben haben, dass Deutschland nach wie vor besetzt ist und eben nicht souverän ist. Das steht ganz klar drin, auch trotz 2 plus 4 Vertrag und so weiter. Das sind die Nebenklauseln, wenn man das liest, also in der Bäckschen Kommentarausgabe zu diesen Gesetzen, da steht das ganz klar drin. Und die wurden jetzt im Oktober letzten Jahres erstmal erweitert, dass also weitere Stationierungen in Deutschland möglich wären unter diesem NATO-Truppenstatut. Es sind ja auch 7000 gekommen nach Rammstein. Genau und jetzt vor allen Dingen auch in der DDR, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, sagen wir es mal ganz korrekt, auch dort. Und das wurde jetzt geändert und das wurde im Januar, Anfang Januar wurde das einfach mal so eben mit einem Federstrich von dem Bundeskanzler unterschrieben. Und da musste kein Gesetz geändert werden, das musste nicht durchs Parlament beraten werden, weil es einfach innerhalb des NATO-Truppenstatuts von 1957 geschieht. Aber auf dem Boden der damaligen DDR darf es gar nicht geschehen. Doch, das haben sie jetzt geändert, Anfang diesen Jahres. Aber ohne die Genehmigung von Russland dürfen sie das ja nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, sie haben das mal so stillschweigend jetzt gemacht. Und jetzt ruft doch keiner mehr in Moskau an und fragt, dürfen wir das oder sollen wir das? Sondern die machen das einfach. Das heißt, sie haben den Krieg vorbereitet. Sie wollten jetzt, und sie haben es auch wahrscheinlich schon getan, mehr NATO-Truppen und damit auch amerikanische Truppen letztlich in Deutschland stationieren. Und wahrscheinlich auch auf dem Territorium der ehemaligen DDR. Und jetzt haben wir... Jetzt wird es brenzlig. Ja, vor allen Dingen ist das passiert, bevor Herr Putin irgendwo einmarschiert ist. Also jetzt ist mal wieder die Frage, was war denn zuerst da? Henne oder Ei? Ja, und die Frage müssen wir mal jetzt aufwerfen. Weil das sind offizielle, das ist keinerlei Verschwörungstheorie, sondern das sind die Fakten, die man im Bundesgesetzblatt nachlesen kann. Also das ist ganz hochoffiziell, wurde im Januar das erweitert, diese Befugnisse. Und das übrigens jetzt in meinem Hotel, wo ich eben war, hier im Potsdamer Platz. Gestern Abend habe ich sehr viele Amerikaner da in der Bar getroffen und mit einigen mich sehr nett unterhalten. Und ich liebe ja auch Amerika. Und die Menschen dort sind wunderbare Menschen. Ich fahre sehr oft nach Amerika. Ich habe auch mal dort gearbeitet und studiert und so. Also ich habe nichts gegen Amerikaner, schon gar nicht gegen die Menschen dort. Ja, aber heute Morgen waren die gleichen Leute, mit denen ich gestern Abend sehr nett mich unterhalten habe und ein Glas Wein getrunken habe und die ein Bier oder Whisky. Die waren heute Morgen alle plötzlich in Uniform. Und was haben die hier gemacht? Und da waren also hohe Offiziere, habe ich gesehen. Ich habe mich nicht ganz so ausgekannt mit den Dienstgraden, aber da waren einige Generäle. Also auch vom Dienstalter her, glaube ich, wenn die Mitte 50 sind, dann sind sie höherrangig und sind in diesem Hotel untergebracht plötzlich. Und was ist Ihre Mission im Moment in Berlin? Naja, das sagen die natürlich nicht. Wir haben uns ja auch gestern über Politik unterhalten, aber nicht wird gesagt, wer was macht. Oder die wissen auch nicht, wer ich bin. Ja, ich habe natürlich da keine Informationen, jetzt geheime oder irgendwas Vertrauliches erfahren. Aber allein der Umstand, dass die plötzlich alle da sind und das Hotel überquillt von Militärs. Ich dachte heute Morgen, ich bin bei einer Kaserne. Ja, ich war der Einzige, der keine Uniform anhatte. Da fühlte ich mich schon etwas komisch. Ja, man sieht auch Bilder. Es wurden ja die Autobahnvideos abgestellt. Trotzdem gibt es natürlich heute digitale Bilder, Videos von Menschen, die das filmen. Diese Transporte von Panzern und verschiedene, man weiß ja nicht, was sie da transportieren. Das ist ja das Ding. Aber eins ist klar, gestern habe ich auch gelesen, Heckler und Koch stellen Leute ein, ja. Sie brauchen Leute, sie müssen nacharbeiten. Für 100 Milliarden musst du ja auch irgendwie, wenn die Auftragsbücher voll werden, dann brauchst du auch das Personal. Interessant ist ja auch, was man eigentlich in die Ukraine geschickt hat hier. Welche Art von Geräten, das sind ja Geräte, die eigentlich schon aussortiert wurden. Vielleicht ist es so billiger. Ich sage das jetzt mal einfach so sarkastisch, weil es ist eigentlich ein Thema, das wirklich ernst zu nehmen ist. Und man hat diese Gerätschaften in die Ukraine geschickt. Das waren alte DDR-Panzer oder was sie da geschickt haben, die längst aussortiert waren. Die darf man doch gar nicht benutzen. Ja, einerseits ja. Andererseits, wenn es noch irgendwie funktioniert und explodieren kann, wird es genommen. Also ich war jetzt ja, wie gesagt, im Jemen, bin ich öfter so, wegen Wasserprojekten, humanitären Wasserprojekten. Und da habe ich auch einiges mitbekommen. Und immer wenn man erfährt, dass ich Deutscher bin, dann gratuliert man mir da und sagt, aber eure Waffen sind ja klasse. Also die haben sich übrigens auch nicht beschwert, dass das G36 nicht um die Ecke schießen könnte bei Hitze oder so. Weil warm genug ist es da ja. Sondern die haben gesagt, tolles Gewehr und super. Also die haben auch alle deutsche Waffen dort. Und klar, Deutschland ist, ich glaube, nach dem SIPRI-Bericht immer so unter den ersten drei bis vier Waffenproduzenten. Es ist natürlich jetzt nicht Deutschland als Land oder die Bundesrepublik Deutschland oder die Bundesregierung, die das direkt selber schickt. Wie jetzt, also Ukraine, da hat die Bundeswehr quasi auf Anlassung des Verteidigungsministers und Kanzlers jetzt Waffen hingeschickt. Das ist eine direkte Kriegsbeteiligung in Wahrheit. Normalerweise ist es ja auch so. Aber sonst werden die verkauft. Ja, da muss zwar dann der Bundessicherheitsrat eine Genehmigung, eine Ausfuhrgenehmigung. Ja, aber die Alten werden nicht, die Aussortierten werden ja nicht verkauft. Nee, die werden nicht verkauft, die werden verschenkt. Aber jetzt sind sie halt benutzt worden. Das ist doch auch, da wird man schon mal die Alten los. Ja, es ist sehr zynisch und mir fällt es schwer, darüber auch zu reden, weil es ist so etwas, da werde ich auch emotional, weil ich sehe, was damit geschehen wird als nächstes. Und das sehe ich dann zum Beispiel im Jemen. Da sind es ja auch schon ein paar hunderttausend Menschen, die insgesamt gestorben sind. Ja, ich habe die Zahl gestern rausgesucht. Ja, gibt es eine offizielle Zahl? Ja, es gibt eine, und zwar 230.000, seit Jemen angegriffen wurde. Und für mich ist es auch so traurig, wir beide reden jetzt über die Ukraine. Und das ist auch natürlich genauso schlimm. Aber seit Jahren wird in Jemen bombardiert. Das ist ein ganz armes Land, die haben kaum was zu essen. Es geht seit Jahren und der militärisch-industrielle Komplex, der ergötzt sich daran. Kannst du vielleicht, weil du vor Ort bist dort in Jemen. Welche Firmen sind da eigentlich beteiligt an diesen Waffenfirmen? Ist da auch China mit dabei? Ja, natürlich. Ist Russland mit dabei? Also Jemen betrachte ich als einen klassischen Stellvertreterkrieg. Ich denke auch nicht, dass wir tatsächlich den Dritten Weltkrieg als den Dritten Weltkrieg zwischen zwei Blöcken oder zwischen drei großen Mächten wie China, Russland, Amerika erleben werden. Sondern wir erleben den Dritten Weltkrieg als den Stellvertreter-Weltkrieg. Also es ist so, Iran unterstützt dort die Houthi-Rebellen in Südjemen. Die gegen die offizielle Regierung des Jemen, die von Saudi-Arabien und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten nach wie vor anerkannt und unterstützt wird, kämpfen. Und die Chinesen wiederum sind auch mit einem Teil, aber nicht direkt mit Waffenlieferungen aufgetaucht bisher, aber sie sind auch mit dem Hintergrund an der Seite des Iran tätig. Und gleichzeitig, Saudi-Arabien wird natürlich durch Deutschland mit Waffen versorgt. Also diese Leopard-Panzer und sonst was, was wir da immerhin verkauft haben. Und wir haben den Rüstungsexport verdoppelt seit der Helmut-Kohl-Zeit. Das war Rot-Grün. Und die haben erstmal verdoppelt. Also ich meine, den Kohl mochte ich auch nie. Der hat auch komische Sachen gemacht. Aber sowas, so brutal, wie Schröder und Fischer vorgegangen sind, ist der nicht vorgegangen. Der war noch vorsichtiger. Und das hat sich dann nochmal gesteigert in den nachfolgenden Regierungen der Großen Koalition und dann der Schwarz-Gelben Regierung. Die haben alle das jeweils nochmal erhöht, den Rüstungsexport. Gerade in Länder wie Saudi-Arabien, wo ja die Menschenrechtslage uns doch zu denken geben sollte. Also es wurden auch gerade wieder ein paar hundert Leute hingerichtet, öffentlich und so. Also und Frauen werden nach wie vor unterdrückt dort. Also es ist alles andere als ein demokratisches Land. Und die hatten aber den Vorsitz im UN-Menschenrechtsausschuss. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Land wie Saudi-Arabien. Und wir schicken denen dann Leopard. Und die Leopard-Panzer, die sind ganz günstig für so eine Wüstengegend, wo ich da war. In Al-Hudai, da bin ich gewesen mit dem Südjemen. Da fahren die natürlich wunderbar. Also das ist toll. Ja, Saudi-Arabien ist ja hoch aufgerüstet, seitdem Trump diesen 470 Milliarden Deal gemacht hat. Und die sind natürlich auch dabei, genau. Also alle, die jetzt immer sagen, sie wünschten sich, der Trump wäre wieder da. Leute, also so viel freundlicher war das auch nicht. Er hat zwar selbst keine Kriege angefangen. Das muss man ihm zugutehalten, dass er einer der wenigen Präsidenten in den letzten 100 Jahren war. Aber es gab auch noch nie so einen Riesendeal. Das war in der Menschheitsgeschichte der größte Deal mit Waffen. Ja gut, er ist Geschäftsmann. Ja, hat er ja gesagt von Anfang an. Ja gut, das hatte was Erfrischendes in der Außenpolitik. Wenn jemand so rangeht und sagt, okay, ich gebe euch zwar die Waffen, aber benutzt sie bitte nicht. Das ist natürlich naiv. Andererseits hat er gewisse Dinge in der Außenpolitik besser hingekriegt, als alle seine Amtsvorgänger oder der gegenwärtige Präsident. Also ich denke auch mal, es ist ein schwieriges Thema mit Israel und Palästina. Aber die Palästinenser, die wurden ja nun seit Jahrzehnten immer wieder verladen. Auch von uns im Westen. Wir haben zwar offiziell gesagt, oh, wir helfen euch und Palästina und Deutsche, wir helfen euch und so. Also ja, Freundschaft und so. Gleichzeitig haben wir mit Israel ein gutes Verhältnis, als Staatsräson quasi selbstverpflichtend müssen wir das haben, das gute Verhältnis zu Israel. So und was hatte Trump, der hat es einfach so gemacht. Er hat provoziert, indem er gesagt hat, also Netanyahu, du kannst die, wir verlegen die US-Botschaft nach Jerusalem, was natürlich ein riesiger Affront gegenüber allen arabischen Bevölkerungsteilen dort ist. Die sind natürlich auch auf die Barrikaden gegangen. Er hat gesagt, du kannst auch Westjordanland da, wo sowieso schon gesiedelt ist, da könnte auch noch bleiben. Er hat also letztlich das, was sowieso schon klar war, dass die Israelis das sowieso machen mit ihrer Siedlungspolitik, hat er eigentlich nur noch gutiert und hat gesagt, erkennen wir an. Und die Golanhöhen seit 1967, seit dem Sechs-Tage-Krieg, waren die ja auch durch Israelis besetzt. Er sagte, die gebt dann Syrand auch nicht zurück, die behaltet ihr. Es stehen ein paar Blauhelmsoldaten aus Irland, glaube ich, da. Aber es ist so. So, damit hat er Fakten geschaffen und so wie ich verstanden hatte, hat er vorgehabt, im zweiten, in seiner zweiten Amtszeit, dann für, weil er Netanyahu oder den Israelis die entsprechenden Bonbons geschenkt hat, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt müsst ihr aber auch was einstecken. Das heißt, ich gebe jetzt den Palästinensern den eigenen Staat. Dann haben wir die Zwei-Staaten-Lösung. Das hätte wahrscheinlich Frieden gemacht. Also wenn wir mal an dem Punkt endlich wären, dass ein Land, zwei Staaten, es geht ja, ein Staat ist ja nur eine Idee, also eine philosophische Idee, theoretische Idee, aber man könnte das ja machen. Und dann haben sie die Bodenschätze, das war das Oslo-Abkommen von 1995, was Hitchak Rabin und Arafat ausgehandelt hatten, damals unter Clintons Ägide, ja, da haben sie ja vereinbart im Oslo-Abkommen, dass sie die Bodenschätze, das Lewandjang-Gasfeld gibt es vor der Küste von Palästina, von Gaza und Haifa und so, das sind riesige Gasvorräte, dass auch das Wasser geteilt werden muss, alles 50-50, so wurde es festgehalten. Das Oslo-Abkommen ist im Prinzip genauso schön wie das Minsker-Abkommen. Wenn sich keiner anhält, dann... Das Problem ist, man hat ja also beide Präsidenten dann umgebracht, also den Hitchak Rabin, der wurde von einem Rechtsradikalen erschossen und der Arafat von eigenen Leuten vergiftet. Aber kommen wir zurück zum, du hast nämlich das Wort Stellvertreterkrieg genannt. Ja, den sehe ich da, ja. Das sehe ich auch in der Ukraine. Vielleicht jetzt, weil wir zum Ende kommen, wie siehst du das, wie wird es sich weiterentwickeln? Bleibt es in der Region dort? Geht es wirklich nur um Gas, Öl, Weizen geht es ja auch im Moment. Man merkt schon, die Regale werden leer, es gibt kein Öl mehr. Wobei, ich habe recherchiert, wir produzieren so viel Sonnenblumen und Rapsöl in Deutschland, warum die Leute jetzt Öl kaufen, ist mir ein Rätsel. Produzieren die vielleicht auch Toilettenpapier, dann haben wir bald wieder keinen. Nein, aber es ist halt merkwürdig, wie die Menschen auch reagieren. Das ist auch gefährlich einfach, sich dann als normaler Bürger einfach falsch zu positionieren, ohne zu wissen, dass man falsch liegt. Also wie siehst du die nächsten Wochen, die nächsten Monate, was siehst du auf uns zukommen? Ja, ich denke mal so, es ist auch ein bisschen Wunschdenken bei mir dabei, dass ich einfach hoffe, dass es schnell zu Ende geht. Dass jetzt die Ukraine mit Verhandlungen irgendwie befriedet werden kann. Also als erstes muss man aufhören zu schießen. Helmut Schmidt hat damals gesagt, lieber fahne ich 100 Stunden ergebnislos, als dass ich eine Minute schießen lasse. Ja, und da müssen wir wieder hinkommen. Und das betrifft natürlich auch die Russen, die müssen jetzt endlich aufhören mit diesen Bombardements. Das geht aber natürlich nur dann, wenn wenigstens festgeschrieben wird, okay, in diesem Waffenstillstand verhandeln wir. Und zwar ehrlich. Das heißt, die NATO muss sich zurückziehen. Ja, ich sage jetzt noch nicht aus dem Baltikum auch, China hat sich gestern gemeldet übrigens. Ja, aber sie sollten sich möglichst weit zurückziehen müssen und aufhören, weiter Material nachzuschießen. Also wenn wir jetzt weiter Waffen reinliefern, dann wird der Krieg nicht enden, dann wird der weitergehen. Und das heißt, deshalb mein Wunschdenken ist, dass ein Umdenken einsetzt, der Form, dass vielleicht auch die SPD sich wieder dann hier als Regierungspartei dessen besinnt, was mal Ostpolitik war, was Willy Brandt mal gemacht hat, Egon Bahr, die sind dann hingefahren und die haben dann vielleicht auch mal einen Kniefall irgendwo gemacht, okay, damit ein Signal ausgesetzt wird, wir wollen reden, wir wollen nicht schießen. Und der Scholz macht das Gegenteil. Der schickt noch mehr Waffen. Aber liegt da nicht noch eine viel größere Angst der Amerikaner, die ja hoch verschuldet sind, also die Angst vor China, vor der Seidenstraße, die ja da durch die ganzen Länder durchgeht, liegt das nicht wirklich da massiv dahinter? Ja, natürlich, deshalb sind wir ja auch als Deutsche, wir sind so ein bisschen der Vasallenstaat jetzt hier für die USA, wir werden also quasi, die Frontlinie, sage ich mal, geht mal wieder mitten durch Berlin, in Wahrheit, auch in diesem Konflikt. Wir sind eigentlich, so wie damals im Kalten Krieg, jetzt ist es halt ein heißer Krieg, wir sind wieder Frontstadt plötzlich. Ja, also hier geschieht es. Deswegen waren wahrscheinlich heute Nacht die Amerikaner bei dir im Hotel. Ja, klar, naja, wenn ich denen mehr Whisky eingegossen hätte, dann wären sie vielleicht kampfunfähig heute. Aber nein, jetzt mal im Ernst, die Gefahr, die da ist, dass das weitergeht, das ist sehr groß. Und das muss verhindert werden und deshalb müssen wir weiter aufklären. Also was ich auch mir wünsche, ist, dass vielleicht dann mal aufgeklärt wird, was tatsächlich in diesen Biolaboren stattfindet, die die Frau Victoria Newland erwähnt hat. Ja, ich habe hier das aufgeschrieben. Ach so, ja. Ich kann dir genau sagen, was sie gesagt hat. Hier, amerikanische Vize-Außenministerin Victoria Newland, eindringlich warnte sie davor, diese Einrichtungen und ihre Forschungsergebnisse nicht den Russen in die Hände fallen zu lassen. Das heißt, sie hat ja da mit gemeint, wir haben welche, bitte gibt sie nicht den Russen. Ja, genau. Und vor einigen Jahren, kann ich mich noch erinnern, das Gleiche in Georgien. Ja, in vielen Ländern haben die ja Labore. Und wir wissen ja auch in Wuhan, das Labor, wo er angeblich aus Versehen eine Ratte, was war das, eine Fledermaus, ja, irgendwie das abgekriegt hat und es sich von dort aus verbreitet haben soll. Da waren ja amerikanische Unternehmen daran beteiligt, an dieser Forschungsstation, an diesem Labor. Und das sind Dinge, die einerseits wohl offensichtlich gemeinsam gemacht werden, obwohl man ja sagt, China und Amerika mögen sie nicht, aber manche Forschung machen sie wohl zusammen. Gut, die Russen und Amerikaner, die betreiben gemeinsam eine Raumstation. Ja, Fauci bestreitet ja. Sie machen viele Dinge zusammen und dann wiederum gibt es plötzlich Knalltes so, dass man denkt, jetzt sitzen wir im Dritten Weltkrieg und gleichzeitig kreist die Mir oder die ISS immer noch lustig munter alle 40 Minuten um den Planeten und es sitzen vereint russische und deutsche Kosmonauten und Astronauten und Amerikaner an Bord. Und wie sehen denn die das? Das wäre mal eine Frage vielleicht, dass die sitzen da und essen da ihre Suppe jeden Tag zusammen und fliegen über unseren Planeten und wissen da unten, beschießen wir uns gegen es. Also das ist doch alles absurd. Und gleichzeitig, wie gesagt, diese Biolabore, ich habe sogar den Verdacht, dass es ja diesen Virus offensichtlich gibt, das ist klar. Also ich habe mich bei einer Firma in Bayern, deren Namen ich nicht sagen möchte und kann, weil es ein privater Kontakt war, wie ich da reinkam, habe ich gesehen im Mikrosbuch, also wurde mir erklärt durch eine Laborantin dort und Wissenschaftlerin, sie hat mir dieses Virus gezeigt und hat mir auch zeigen können, also dieses Covid, hat mir erklären können, sodass sogar ich als Laie das verstanden habe, weshalb das kein natürliches Virus sein kann. Ja, der hat Montagnier in Frankreich. Ja, der hat es auch. Der hat es direkt gleich am Anfang Februar. Ja, der ist natürlich als Nobelpreisträger, Medizin-Nobelpreisträger, der weiß sowas natürlich. Aber ich habe jetzt mal als Journalist und Laie mich da informiert und die haben freundlicherweise mir das mal richtig erklärt und das war hochinteressant. Das heißt, wir wissen hundertprozentig sicher, es ist eine künstliche Züchtung dieses Virus und es hat keine Merkmale einer natürlichen Ausbreitung gegeben. Also wurde es gestreut. Es wurde uns irgendwo weitergegeben. Und das ist ja leicht und das ist eine Biowaffe. Und das haben sie wahrscheinlich in der Ukraine auch gemacht und vielleicht haben wir es von da, weil wir haben, das haben die mir auch in dieser Firma, die stellen Impfstoffe her, ja, dagegen auch. Also nicht, jetzt ist es nicht BioNTech und so weiter, aber es ist halt eine andere Art, die wollen tatsächlich einen Virusimpfstoff herausfinden, der halt ein Totimpfstoff ist, der tatsächlich dann wirkt und eben nicht eine mRNA-Sache. Weil ich meine, ich möchte es sehen, was es da noch gibt, wie man sich dagegen schützen kann. Ja gut, ja, da hätte ich ein paar Ideen, denn das amerikanische Militär hat natürlich was dagegen, gegen die Biowaffen. Die werden was haben, ja. Ja, und das nennt sich auch Chlordioxid. Ach so, ja. Das benutzen die nämlich seit Jahrzehnten und das wirkt auch. Aber gut, das darf man natürlich nicht so offen sagen, denn das sind Geheimnisse, aber manche Ärzte haben es schon angewandt. Nun, auch ich schätze mal, auch die Deutschen haben medizinische Fachangestellte in der Armee, die gegen Biowaffenangriffe sehr wohl schon gerüstet sind. Der normale Bürger wird das fast nie erfahren und wenn, dann etwas zu spät. Ich will noch eins klarstellen in dieser Sendung hier mit dir, weil viele werden dich jetzt angucken, so, ach der Ralf, ja, den habe ich schon gehört. Er ist doch ein Vorbestrafter. Viele wissen das nicht, aber du warst, glaube ich, du hast drei Jahre bekommen. Dir wurde vorgeworfen, du hättest Anlagebetrug betrieben. Ich würde dich jetzt ganz offen fragen, ob du was dazu sagen willst und wenn, wie das wirklich war. Aus deiner Sicht natürlich. Naja, sicher. Ich meine, das ist ja eine 30 Jahre alte Geschichte. Es war 1993 gewesen, dass ich in der Finanzbranche Undercover ermittelt hatte. Und ich habe... Da warst du 24. Ja, und ich habe, ja, das war im Nachgang zu Barschel-Affäre, wo, also Björn Enkel mir damals sagte, also, als diese Sache aufflog, dass er also von der Barschel-Affäre vorher schon gewusst hatte und dass von den Geldern, die gezahlt wurden, an den Informanten damals, dass die aus der SPD selber waren und so weiter. Ja, also es war eine ganz schmutzige Sache, das Schubladen-Affäre riechst das dann später. Das hat dann Björn Enkelms Kanzlerkandidatur 1992, wo es überhaupt keine Wahl war, aber der war halt aufgestellt worden, zunichte gemacht und er musste zurücktreten, plötzlich als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Und er war ja nun so ein Hoffnungsträger, sympathisch und gediegen, nett und, ja, ganz freundlicher, philosophischer Mensch. Und ich fand ihn auch super und war auch, ja, vielleicht ein bisschen mit ihm befreundet, sagen wir mal, verbunden, zumindest freundschaftlich, kann man sagen. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, wer hat das denn durchgestochen? Wie kam es denn dazu, dass das aus den eigenen Reihen kam? Und dann sagte er, das war der Niedersachse. Und damit meinte Herr Schröder. So, dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich wissen, wer hat denn Schröder die Möglichkeiten gegeben, dort diese Informationen weiterzugeben? Ich habe dann in Hannover mich angesiedelt, 1991 war das gewesen, und habe dann dort recherchiert im Umfeld des Ministerpräsidenten Schröder, bin auf den Herrn Maschmeyer getroffen und habe dann gesehen, diese Hannover Connection. Ich hatte da mein Wirtschaftsverlagsbüro selber aufgemacht, also ein bisschen mehr als Tarnung, und habe dann das als Tarnung mitgemacht. Aber ich habe kein Geld bekommen, oder ich habe auch später, es kam auch vor Gericht dann heraus, weil ich sagte, alle Finanzflüsse müssen offengelegt werden, sonst gibt es keine mildernden Umschläge oder so. Und ich habe dann gesagt, hier, da und da war das und das. Ich habe also bis auf den letzten Pfennig damals das aufgeklärt. Deshalb gab es auch bei mir am Ende dann eine Bewährung und dann war es also wieder gut, aber ich saß erst mal in Untersuchungshaft. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo es um die Kanzlerkandidatur für die SPD 1994 ging. Und damals wollte natürlich Schröder schon kandidieren und durch die Affäre mit mir konnte er das nicht, weil ich war noch bei Gericht, ich habe noch Aussagen gemacht, ich hätte ihn noch weiter belasten können. und es ging damals um High-Yield-Trading-Programme, also Hochfrequenzhandel, von dem man später in der Verhandlung mir gesagt hat, das gibt es ja gar nicht, wovon Sie reden. Die haben immer behauptet, solche Geschäfte gäbe es gar nicht. Bankgarantiehandel, mit Stand-by-Letters of Credits, Hochfrequenzhandel, Derivatehandel. Das wurde immer so getan, als seien das Hirngespinste, die gäbe es gar nicht. Naja, seit 2008 weiß inzwischen, jede normal gebildete Person weiß da, dass es das offensichtlich gegeben hat, sonst wären die Lehmann-Brothers nicht alle zusammengestürzt. Ja, und ich habe das halt damals recherchiert und habe gesehen, wie stark also Schröder und Maschmeyer auch und so weiter damit involviert waren. und habe dann das alles zur Anzeige gebracht. Ich war selbst derjenige, der die Anzeige erstattet hat. Ich meine, also ich habe mich absolut ehrlich gefühlt und dachte also, ich habe ja nichts zu verbergen, also ich doch nicht. Ja, und dann haben die das alles so rumgedreht, haben gesagt, ich hätte behauptet, da sei ein strafbares Verhalten gewesen, das war gar nicht und ich hätte selber was versucht, damit zu verdienen oder mir in die Tasche zu stecken und so weiter. Es wurde alles rumgedreht, nur um das zu verhindern, dass das rauskommt und Schröder war letztlich derjenige, der alles mit abgesegnet hatte und wir sehen ja jetzt bei Scholz, wie der die Cum-Ex-Sachen durchgewunken hat und gelogen hat, ansatzlos lügen können die alle. Ja, sonst wird man nicht Bundeskanzler wahrscheinlich. Ja, und wenn man nicht solche Leichen im Keller hat, mit denen man erpresst werden kann, wird man wahrscheinlich auch nicht als Bundeskanzler vereidigt. Das ist eine Methode, die wirklich überall eingesetzt wird. Also ich hatte damit im Prinzip, hatte ich die Kandidatur von Schröder 1994 verhindert, die SPD hat dann Rudolf Scharping genommen, das war der Versuch, sich mit einer einzigen Schlaftablette umzubringen, habe ich gesagt, und dann wurde Kohl nochmal Bundeskanzler und 1998, wissen wir, hat dann Schröder es geschafft und gewonnen und ich war im Exil erstmal. Ich habe gesagt, okay, das kann ich offensichtlich nicht weiter in Deutschland aufklären. Also ich habe dann Deutschland den Rücken gekehrt, habe gesagt, das hat keinen Sinn hier. Also ich danke dir für deine Aufrichtigkeit, weil ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben, dass die Menschen nicht glauben, man wüsste nicht, mit wem man da zu tun hat. Ja, naja gut, die Wikipedia, die schreibt natürlich, aber Wikipedia wird in Deutschland durch Bertelsmann betrieben. Und das muss man einfach immer sagen, Wikipedia ist ja nicht irgendwie eine NGO, sie geben sich so. Und wenn du gewisse Einträge ändern lassen willst, dann musst du im Prinzip in Kalifornien klagen, weil die alle dann immer sagen, nee, hier ist das Recht nicht zuständig, die Firma sitzt, das ist ja eine Org-Organisation, die sitzen in Silicon Valley oder weiß ich das, wo in Kalifornien und da musst du erstmal 50.000 Dollar dem Anwalt schicken, bevor der anfängt eine Klarheit. Ja, das geht ja. Deshalb habe ich solche Sachen nie bereinigt. Aber ich sage mal so, bei jedem anderen Politiker, der so eine Affäre einmal hatte vor 30 Jahren, selbst wenn ich damals den Fehler gemacht hätte und hätte mir Geld in die eigene Tasche gesteckt, das wäre doch längst verjährt. Also irgendwann muss doch auch mal gut sein. Egal, welche Erklärungen ich noch dazu abgebe, ist es eigentlich irgendwann, also bei jedem Kinderschänder ist, nach fünf Jahren hat er das Recht wieder an seinem eigenen Bild, an einem Vergewaltiger, an einem Mörder oder was. Der Name darf dann nur noch abgekürzt genannt werden, wenn nochmal berichtet wird und eigentlich sein Foto darf gar nicht. Und bei mir steht immer als erstes im Wikipedia-Eintrag, sodass jeder, der meinen Namen googelt, sofort drauf kommen muss. Ja, ja, das ist Gang und Gebe heutzutage. Das ist, um jemanden mundtot zu machen, ja, also ich meine, in schlimmerer Weise ist es natürlich Leuten wie Julian Assange gegangen. Also mein guter Kollege, wir waren in Brüssel, waren wir oft zusammen gewesen. Was der erlebt, noch erleben muss, erdulden muss, das ist so viel schlimmer. Aber ich sage mal, Journalisten, die wirklich kritisch arbeiten und dann mal an was Ernstes rankommen an ein Thema, die gehen diese Gefahr ein. Einige werden auch getötet. Also in meinem Umfeld sind, wir waren 1986, habe ich da angefangen, mit den Amerikanern zu arbeiten, mit NBC. Und damals war, wir waren zu fünft, als wir mit der Iran-Contra-Affäre uns da in die Recherche begeben haben. Und damals waren das dann, also es war, heute lebt noch ich, ja. Es gab also vier Menschen, die gestorben sind. Einer ist in Washington, ausgerechnet im Watergate-Hotel, in der Badewanne, Danny war das damals, Colossaro, ist gestorben, so wie Barschel, 1989 oder 90, nee, 1989 war das. Und es kam dann immer näher, deshalb habe ich auch gesagt, also als Kohl mir dann Anfang 89 vorgeworfen hätte, ich hätte Landesverrat begangen, weil ich über die Chemiewaffenfabrik, die Hippenstiel-Imhausen, ein Unternehmer aus Südhessen, da bei Frankfurt, der hat in Libyen eine Chemiewaffenfabrik gebaut und ich hatte die Amerikaner darüber informiert, da sagte Bush damals, der war Vizepräsident, der sagte zu mir, ah, Sie brauchen nicht nach Deutschland zurückfliegen im Moment. Ich dachte, naja, aber ich will da noch studieren. Er sagte, ja, wir haben ja auch gute Universitäten, hätte ich mir vielleicht schriftlich geben lassen, sondern dass er sie bezahlt. Also die Wahrheit lebt gefährlich. Ja, ich sage mal so, und die sind alle gestorben, die Kollegen, also das ist, es gibt für, ich sage mal, ich habe Glück gehabt und wenn ich irgendwann meine Autobiografie schreiben würde, dann wäre das der Titel, Glück gehabt. Also ich bedanke mich bei dir, Ralf, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Du gehst ja heute noch hier in Berlin auf eine Demonstration und du wirst dort sprechen, das heißt, du beschäftigst dich immer, also du tust, was du kannst für die Freiheit und für den Frieden, das finde ich sehr sympathisch. Auf dem Glück machen viele mit, das ist das Schöne. Ja, das ist auch wichtiger. Alleine kann man nichts machen. Vielleicht, jetzt am Ende, vielleicht hast du noch irgendwas, was du wirklich noch sagen willst zum Ukraine-Konflikt oder überhaupt zu der momentanen Situation. Ja, ich denke also, wir müssen als Deutsche uns der Geschichte bewusst sein, was es bedeutet, wenn wir in einen Krieg überhaupt eintreten als Konfliktpartei. Und das werden wir, selbst wenn es völkerrechtlich noch nicht ganz so ist, dass wir Konfliktpartei sind, wenn wir nur Waffen schicken. Es ist aber auch schon ein erster Schritt, dann wirklich, also den Waffenstillstand, den wir seit 9. Mai 1945 haben mit Russland, also als Nachfolger der Sowjetunion, haben wir keinen Friedensvertrag. Wir stehen eigentlich jetzt da, dass wir den Waffenstillstand von 1945 gebrochen haben, indem wir eine kriegerische Partei, eine Konfliktpartei, die gegen Russland Krieg führt, mit Waffen versorgen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was das eigentlich heißt und was das bedeutet, das heißt, wir haben eine Kriegspartei unterstützt gegen die Macht, die eigentlich uns die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Also das ist unmöglich. Wir müssen unbedingt neutral werden. Wir müssen der NATO sagen, Stopp, ihr könnt von unserem Boden, von deutschem Boden keinen Krieg führen. Das muss die Nachricht sein. Wir müssen wirklich sagen, von deutschem Boden darf nur Frieden kommen. Das war früher immer gesagt worden und das ist offensichtlich heute nichts mehr wert und das Schlimme ist, dass der Scholz uns in diesen Krieg reinbringt jetzt und die Frau Barbock und solche Leute. Entweder haben die kein Geschichtsbewusstsein oder sie sind wirklich daran interessiert, Krieg zu führen und dann werden sie ihn verlieren. Garantiert. Aber wir müssen als Deutsche da jetzt eine Konsequenz draus ziehen. Wir müssen endlich souverän werden. Wir müssen die Verfassung für Deutschland ins Leben rufen. Und das muss ganz basisdemokratisch, da muss jeder dran mitmachen können und dann abstimmen können, damit wir souverän werden, damit wir eben nicht mehr von der NATO und von den USA uns diktieren lassen können, nehmen wir jetzt Nord Stream 2 ans Netz oder nicht, führen wir Krieg hier oder da, wird von Rammstein aus Afghanistan bombardiert oder die Ukraine oder jetzt alles gemeinsam oder wie. Ja, das sind diese Hand. Wir sind nicht souverän. Der Scholz, der stand neben den beiden im Weißen Haus und wir haben gesehen, die eine Kollegin hat gefragt, what about Nord Stream 2 und Scholz, der guckte zur Decke und Biden sagte nur, oh, we have ways to stop it. Ja, also der hat dann auch nur genuschelt, aber hat dann klar gemacht, sie können das stoppen. Also wenn das so ist, dann heißt das, wir sind nicht souverän. Und wenn die Drohnenmorde weitergehen aus Rammstein, das geht ja nach wie vor auch im Irak und sonst wo, also es sind Dinge, die ständig stattfinden, dann sind wir offensichtlich nicht frei. Und darum geht es. Wir müssen frei werden, aber das werden wir nur durch Souveränität und eine Verfassung. Vielen Dank, Ralf. Alles Gute für dich. Ich habe zu danken. Danke. Ja, was bleibt mir zu sagen, bleibt im Frieden, bleibt neugierig und bleibt Mensch. Danke. Danke.